Ich bin Tim Roth, ich bin 18 Jahre alt, ich komme aus Beriken und rudere für das Schweizer Ruderteam hier in Saarne. Um im Rudersport vorher mitfahren zu können, muss man nicht nur physisch stark sein und viel Disziplin haben, man muss auch im Kopf viel wählen. Vor allem in einer Kategorie macht ein starker Kopf oft den Unterschied zwischen Platz 1 und 5 aus. Was mir am Rudersport am meisten gefällt, ist das direkte Zusammenspiel von Natur und Sportlern. Es gibt kein besseres Gefühl, als alleine auf dem See sein und einfach alles zu vergessen. Die Nomination zum Sporthilfen Nachwuchssportler ist für mich eine grosse Ehre. Vor allem, weil es im Rudern nur eine einzelne Einzelkategorie gibt und ich der Erste bin, die seit 29 Jahren Medaille in dieser Kategorie bei den Junioren gewonnen hat.